Juli 1995 Ich traf in Tirol mit einem Wirten zusammen, der mir erzählte, dass zu Kriegsende der ungarische Kronschatz droben am Adelberg vergraben war. Seiner Erzählung zufolge hatten Bauern den Schatz gehoben und waren reichlich geschmückt über die Felder und durchs Tal gefahren. Das klang alles unglaublich, beinahe märchenhaft. So begann mein Forschen und heute, über zwei Jahre später, bin ich der Geschichte, ihrer Wahrheit, ihren Höhenflügen und Abgründen etwas näher gekommen. Die Erzählungen setzten mich in eine Zeit zurück, zu Kriegsende in einem Ort namens Schnann auf der Tiroler Seite des Adelberg. In der fraglichen Zeit, würde man bei einem Kriminalstück sagen, war ich ein Kind von sechs Jahren. Das Dorf, 250 Einwohner, also ein winziges Nest im Stanzertal. Der Name des Tales ist kaum bekannt, besser kennt man den Adelberg. Plötzlich, wie aus einem Märchen, taucht, auch in meiner Erinnerung jetzt, das Gold auf. Gold und dazu noch Schatz und dazu noch Krone, also Ingredienzien, die das totale Märchen ausmachen. Der ungarische Kronschatz. Archivare und Historiker wussten nichts über einen Kronschatz in Tirol. Einzig der alte Chronist des Nachbauertes Flirsch hatte in der Dorfchronik seine Version der Schnanner Goldgeschichte niedergeschrieben. Diese Zeilen brachten mich auf die Spur. In unserer Nachbarfraktion Schnann waren zum Krieg seite Flüchtlinge aus Ungarn, die da vorübergehend Aufenthalt genommen haben. Einzelne haben jedenfalls in den sogenannten Wiedemann, das sind die sonnseitigen Wiesen knapp westlich von Flirsch, mehrere Kisten Goldschmuck nachts im anreinenden Wöltern vergraben und gut getarnt. Das Waldstück hier wird Seelenzoll genannt, zum Gedenken an Verstorbene, die nicht zur Ruhe kommen. Genau hier an dieser Stelle war ein ungarischer Militär-Lkw mit einem Hinterraddefekt liegen geblieben. An einem Aprilabend war hier ein Wegmacher unterwegs. Diese Straße war damals die einzige im Tal. Dabei beobachtete er, dass oberhalb dieser Kapelle im Wald etwas vergraben wurde. Er hat sich gesehen, er sei jetzt nach Hause. Ja. Er hat sich gesehen, wie sie hier etwas getan haben. Nachher hat der Bruder gesagt, wir haben den ganzen Wald abgesucht, wenn die Kinder draußen spielen, wenn man noch Munition hat. Ja, weil wir Munition der Gemeinschaft allein. Weißt du, unterweil haben die alle das noch mich gesucht. Ja, ja. Und er hat zu den Leuten gesagt, dass ich auch die Munition suchen muss, was noch ein Land hat. Genau, aber sie haben das Geld auch nicht gesucht. Ja, da hat man zuerst gesagt, von dem Wald um nicht gedacht, dass das jetzt so ein Ding ist. Jetzt hat man zuerst danach draufgekommen, dass die in der Schweiz schon die Verbindung haben und da raus. Aber sie haben ja es nur zwischengelagert. Seine Neugier fand bald ungeahnte Belohnung, als die einzelnen Kisten zum Vorschein kamen. Von diesem seltsamen Fund teilte er seinen Bruder mit und beide gruben in nächtlicher Aktion den Fund aus und versteckten ihn anderswo. Für den Finder und seinen Bruder war die Sache offensichtlich zu groß. Sie wandten sich an eine verschwägerte Familie. Da waren fünf Brüder. Der Schwiegervater riet, das Gold zu heben und zu verstecken an anderer Stelle. Die fünf Brüder setzten wiederum ihrerseits andere Leute ins Einvernehmen und in kurzer Zeit wussten an die 20 Personen von diesem Goldfond. Das Schnannergold blieb nicht lange verborgen. Viel länger blieben die Hintergründe seiner Herkunft im Dunkeln. Oktober 1996. In der Schweiz war die Debatte um versickertes Nazi-Raupgold voll entbrannt. In der Auschwitz-Stiftung in Budapest fand ich Hilfe und nach längeren Suchen Dokumente, die einen Raubgoldtransport zu Kriegsende auf den Adelberg belegen. Mehrere Lkw-Transporte waren in den letzten April-Tagen des Jahres 1945 am Zielort St. Anton angekommen. Am Kriegssender habe ich bei meinen Schwiegereltern in Antonoben gewohnt. Das war vielleicht zwei oder drei Wochen vor Schluss des Krieges. Da kamen zwei Herren zu mir, angeblich ungarische Offiziere, und die haben gefragt, sie haben erfahren, dass das Haus leer steht, völlig leer. Da haben sie gefragt, ob sie Kisten deponieren können. Da habe ich gefragt, was das dritte ist, und das haben sie nicht gesagt. Aber ich würde als Gegenleistung einen Pelzmantel, Geld und ein bisschen Schmuck bekommen. Dann habe ich ihnen geantwortet, ich würde gerne, weil ein Pelzmantel hat mich ja sehr gereizt. Aber ich muss zuerst meinen Schwiegervater fragen. Dann habe ich dann gefragt, und dann hat sie gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir sowas deponieren, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Und dann habe ich später erfahren, dass man in Anton anderwärtig solche Sachen deponiert hat, und dass verschiedene Leute haben dann gemunkelt, dass es Gold und Schmuck und so verschiedene Sachen wäre. Mir hat es natürlich leid getan, dass ich es nicht getan habe, weil ich kann es von mir aus nicht tun. In den letzten Kriegstagen haben die Jungen von St. Anton, die ja alles beobachtet haben, oder viel beobachtet haben, festgestellt, dass bei einem Bauernhof ungarische Lastwagen stehen geblieben sind und dort Kisten entladen haben. Dieser Umstand hat natürlich die Jugend besonders interessiert und es hat auch bald, nicht lange gedauert, sind Gerüchte herumgegangen, dass in St. Anton Goldkisten mit dem ungarischen Kronschatz ausgeladen wurden und hier versteckt worden sind. Diese Information ist von den Einheimischen weitergegeben worden und hat sich dann derart verdichtet, dass auch die Franzosen davon erfahren haben. Ein sogenannter mit Namen Fiktor, heißender Ungar, soll diese Kisten hier entladen haben und es soll sich um den Kronschatz handeln. Und dann kann ich mich noch erinnern an den Ungarn Fiktor. Der hat im gleichen Haus eine liebe junge Frau gefunden. Damals für mich natürlich noch nicht nachvollziehbar, was da stattgefunden hat. Wir haben im ersten Stock gewohnt und unten drin hat dieses Mädchen gewohnt. Und ich kann mich noch an den Fiktor erinnern, ein sympathischer Mensch. Die Mutter dieses Mädchens hat gesagt dann, mei, ein schöner Mann war der Fiktor. Der war so 13 Jahre. Da ist zu uns ein Ungar gekommen und hat nach Arbeit gefragt. Hat der Vater gesagt, selbstverständlich, wir haben eine große Landwirtschaft und können immer jemanden brauchen. Und so war er sehr tüchtig, fleißig und alles und hat da weiters nichts gehabt. Nur er war öfter einmal verschwunden. einen Tag, zwei Tage. Nachher ist er wieder gekommen und niemand hat gewusst, wo geht er hin oder wo ist er jetzt. Und dann erst viel später, wie dann das alles von dem Goldgeschichte dann aufgeflogen ist, nachher hat man gewusst, dass der da dabei war und eigentlich beim Vergraben dabei gewesen ist. Nirgendwo in den gesichteten Dokumenten taucht der Name Fiktor auf. Dafür jedoch der des Pfeilkreuzler Schindermarieoberst Arbat Toldi, der für den Abtransport der jüdischen Vermögen verantwortlich war. Also, dieser ungarische Kronschatz stand plötzlich vor meiner Kindheitsfantasie. Darüber wurde geredet. Aber ich sah auch, ich bin immer ein visueller Mensch gewesen. Ich war, glaube ich, ein guter Beobachter und habe deshalb diese Bilder auch noch im Auge. Diese Leute, die vorerst, vor dieser Märchenhaftigkeit, ganz gewöhnliche Gemeindebürger gewesen waren, unauffällig eigentlich, und durch diese Geschichte total in den Vordergrund kamen. Mit Autos, Schmuck, Bekleidung. Also, es war komplett auffällig. Aber den Schmuck haben wir gesehen. Eine Frau, die hatte einen Ringung. Also, so groß wie ein grüner Schmarrer. Den hatte ich auch noch. Und die eine Frau, die hat brillant in den Haaren, stimmend oben, hat sie gekriegt. Die alte Frau? Die haben glänzt. Die alte Mutter? Ja. Das ist ja gut. Und dann hat man schon so gut. Auf hoher gewissen. Die jungen Marl haben halt schon eine Kette gekriegt. Woher kommt das? Ja, von meiner Schwester hat der Vater auch mal gesagt, meine, hast du ein lauses Kettenli und zur Fährte? Geh mit, ich gebe dir ein goldes, ein scheiners. Aber sie ging nicht mit. Nein, so dumm. Und wie man auf die Alp gefahren sei, da hat er zwei Uhren an der Kette, aber schön, um auf die Alp zu fahren. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal ein Gespräch meiner Eltern belauschte, in dem der Ausdruck Angeber vorkam. Und ich übersetzte das eins zu eins und dachte mir, was haben diese Leute angegeben, also so hin, hingegeben und fragte, ob Vater oder Mutter, weiß ich nicht mehr. Ich fragte jedenfalls, was ist das, ein Angeber? Und dann wurde mir erklärt, was ein Angeber ist, seit er weiß ich's. Erstens hat man sich immer gewundert, warum die da hinten jetzt da vermalen, die Leute ... So reich sind. Ja, ein Lastwagen haben sie gekriegt, ein Motorrad haben sie gekriegt nicht. Und überall hat man gehört, wie sie mit Geld herumgemissen haben, sozusagen. Ja, das ist toll, ja. Nux! 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 Na ja! Ich kann mich herinnern, als wir zehn, zwölf, dreizehn Jahre sind, sein. Da haben wir Theater gespielt in die Haustadel und da ist uns einmal der Gedanke gekommen, jetzt machen wir die Goldgeschichte. Da haben wir aus dem Stegreif gesagt, also du bist der, du bist der und du bist der, du findest es. Du hast es eingrauben, du hast es versteckt, Traneholz wieder, so wie es halt damals zugegangen ist. Und da haben wir gespielt und ich kann mich erinnern, ich war der Franzose, französischer Offizier und bin halt da hin und ich weiß nur, dass auch ein Sohn von den Goldfinder mitgepielt hat. Der war damals vielleicht zwei oder drei Jahre jünger als ich. Und dann habe ich, ich kann mich erinnern, dann habe ich halt anständig die Meinung gesagt und rück jetzt raus mit einer Sache mit dem Gold. Und er hat zu mir gesagt, das weiß ich heute noch, verschwind, sonst gebe ich dir eine anständige Backpfeife. Arbeiten, ha, das sind die Lachen. Nein, nein, ich gehe auch nicht arbeiten, ich mache mir jetzt einen eigenen Betrieb. Und eine Spedition und den Lastwagen, den habe ich auch schon bestellt. Ja, und ich habe auch so ein Motorrad gestellt, zwei schnelle Maschinen und Lenormäntel dazu. Ha, da werden die Mann auch gemacht. Da kann ich gleich noch einfügen, dass diese Leute, ausgerechnet diese Leute im Dorf, in diesem kleinen Nest, mit großer Bescheidenheit und großer Einfachheit, ausgerechnet jene, den Goldschatz, den ungarischen Kronschatz, so genannten, gefunden hatten, die damit überhaupt nicht im Sinne von Schlauheit, von ländlicher Hinterlist umgehen konnten. Es waren wirklich, eigentlich haben es die richtigen Leute gefunden. 30. März 1945. Vom Bremberg, einem alten Bergwerksort an der österreichischen Grenze aus, wurden die jüdischen Vermögen aus den Stollen gekarrt und auf Befehl Tollis verladen und nach Westen transportiert. Der tief verschneite, unpassierbare Adelberg ließ die Ungarn abwarten und so gerieten sie zwischen die Besatzungszonen. Im Juli 1945 zogen dann die Franzosen in Flirsch ein und mit ihnen französische Geheimpolizei. In der Flirscher Dorf Chronik findet sich die kleine Flirscher Goldgeschichte, der heute 84-jährigen Wirtin des Gasthofes zum Löwen. Mein Mann war im Krieg und ich war alleine da und habe viel Arbeit gehabt, weil so Flüchtlinge habe ich müssen kochen und sonst hat niemand gekocht im ganzen Dorf wie ich. Und da war ich richtig beansprucht. Noch zur Zeit der kurzen amerikanischen Besatzung tauchten eines Tages ungarische Soldaten auf. Das sind auch Burschen gewesen, die Ungarn. Es sind nicht die Weiberlein gewesen, hauptsächlich Burschen gewesen. Aber sie waren halt Flüchtlinge von Ungarn und haben um und um nichts gehabt und sind froh gewesen, dass sie da haben können sein. Und sie waren sehr zuvor gekommen. Wir haben nach der Bauschaft gehabt und sie haben überall mitgeholfen. Während die meisten am kommenden Tag weiter nach Westen fuhren, blieben zwei als Knechte im Ort, während der Rittermann jeden Abend die beiden im Gasthaus besuchte. Ich habe geahnt, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist, was in Ordnung soll sein. Aber ich habe nie angekommen. Ich bin ja dort hingekommen. Einmal bin ich hinaufgekommen, wo die geschlafen sind. Aber dann muss ich da mal schauen. Und nachdem haben sie aber geschwinkt gesagt, Little Mami hinuntergehen, Little Mami hinuntergehen. Ich soll halt nicht der Oma sein. Dann bin ich immer wieder aufgekommen. Als mitten im Sommer französische Soldaten die amerikanische Besatzung in Fliersch ablösten, war die Ungarn früh heimlich abgereist. So nebenbei hatte die Wirtin erfahren, dass man in St. Anton ungarisches Gold entdeckt hätte. Sie werde es nie vergessen, meinte die Wirtin, als man sie vor einen kleinen Küchentisch schleppte, der aufgehäufelt mit einer großen Menge von Schmuckstücken war. Jetzt bin ich ganz fertig gewesen. Da bin ich ganz fertig gewesen. Da sind zwei, drei gekommen. Dann haben sie mich in die Stube hinein und gesagt, haben sie das gewusst? Haben sie das gewusst? Und da gab keine Ahnung. Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Dann haben sie mir das gezeigt. Da haben sie sich so ausgeschmissen. Dann war ich halt reicher. Jänner 1947. Am Innenministerium in Wien stellte man Nachforschungen nach dem Goldschatz von Schnann an. Polizeiliche Nachfragen über den Verbleib Doldis blieben erfolglos. Das kleine Dorf Schnann aber war durch den Goldfund zu sonderbarer Berühmtheit gelangt. Ich kann mich noch erinnern, dass die Schaffner bei der kleinen Haltstelle, an der der Zug in Schnann stehen geblieben ist, dann bis in die 50er Jahre hinein, nicht jeder, aber einige, die ein bisschen Sinn für Humor hatten, immer Schnann die goldene Stadt riefen. Also dieses kleine Nest Schnann unter der Klamm wurde zur goldenen Stadt erhoben. Ich habe zwei Rucksäcke gehabt und da bin ich reingefahren auf Schnann und wollte einen in der Halte stehen lassen und mit einem sollte ich durch die Klamm hochgehen auf die Hütte. Und wie dann habe ich mir gedacht, das war Samstag, ich steppe die zwei Rucksäcke hinter die Klamm, da ist ein Felsvorsprung und da verstecke ich einen Rucksack. Und wie ich den Rucksack da verstecken will, war ein Loch ausgegraben. Und nach einiger Zeit sagte mein Vater zu mir, ich war in Landeck, sagt mein Vater zu mir, jetzt waren sie da, ich wollen, die suchen Gold. Und dann sage ich, zum Schluss wäre ich auch bei einem so ein Gold gekommen, weil da praktisch Gold vergraben worden in diesem Loch. Für mich war die Klamm als Kind ein grausiger, sagenhafter Ort. Und nachdem wir Kinder von dem Gold und den Versteckten gehört hatten, kam der märchenhafte Aspekt dazu. Und immer wieder gingen wir in die Klamm, um nach Orten Ausschau zu halten, wo wir das Gold versteckt hätten. Inzwischen wurden die Kisten schon heimlich gesucht. Man wäre wohl kaum auf die richtige Fährte gekommen, hätte man sie vorerst dort in Ruhe gelassen. Aber verräterische Spuren, welche in die Schnenner Klamm führten, fielen auf neugierigem Boden. Ja, da schau her. Was denn? Da fehlt was. Was? Der hat uns jemand bestaulen. Das Heilige Gold ist weg. Wer noch? Herr im Himmel hilf, der hat uns jemand bestaulen. Es waren sicher die einen da auf die anderen. Bist du sicher? Ganz sicher, ja, wir haben sie beobachtet. Schlimm aber hatte sich der Besitz für die Finder herausgestellt. Ihr besonders anspruchsvoller und aufwändiger Lebenswandel, ein Autoankauf und der besondere Schmuck, sonst einfache Frauen und Mädchen, erregte im biederen Schnall Aufsehen und heimliche Erregung. Das Gewand bin ich nicht so neugierig. Mir ist halt alles das Rezept, was der Urrat hat. Das hat halt mir alle gesagt. Sie haben mal alle gesagt, sie sind die eine Frechterei. Eine Frechterei. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Das ist ja fast eine Reihung vor Ort. Ja, ja. Und die haben mir mit dem kleinen Schnackerlwagen da, was sie da umgebaut haben, und die haben schon so einen schönen Lastwagen gehabt. Das war ja nachher die Aufwahl. Und da ist es halt alles schon neugierig gewesen. Ja, da ist in der Nachbarschaft der Dreivierheiserweite oben, ist da nach dem Krieg nach einer Knecht gekommen, verschnitten aus. Da kann man es machen. Ja, und jetzt hat es ja netter Puls gewesen mit dem. Und der hat da recht und schlecht sein Albeton. Es ist ja mal alles zufrieden gewesen. Nur dazu hat man gesehen, dass der am Sonntag, wenn er ins Gasthaus gegangen ist, Bratig, Uldering, Unkapp, Umdurren, Kecknen, Unkapp. Also hat er gemunkelt, ja, wo hat denn der Mensch, der ist zufrieden gewesen. Jetzt kann ich einmal mit dem Albeton nicht verdient haben. Und da ist nachher so im Laufe der Zeit herausgekommen, ja, den Ungarischen Kronschutz haben sie erst vor ein paar Jahren, den Amerikaner, jetzt kann man nicht weg sein in Ungarn, aber den zurückgeben. Der ist in den Salzbrot untergewiesen. Aber jedenfalls hörte ich bis zu meinem 20. Lebensjahr, ich war damals schon ein junger Lehrer, damals war es ja möglich, mit 19 schon diesen schönen Beruf zu ergreifen, hörte ich immer nur vom ungarischen Kronschatz. Ich glaube, ich war schon 25 und habe etliche Jahre die Kinder insultiert in der Schule, als ich erstmals erfuhr, dass was mit den Juden geschehen ist. Also man muss sich das vorstellen. Am Adelberg lag das Totengold der nach Auschwitz deportierten Juden. Die Kronschatzlüge war eine willkommene Rechtfertigung für das, was uns Menschen auszeichnet, nämlich die Habgier und die eigene Verdrängung. Nach und nach wurden in Schnann wieder Verstecke gefunden und einzelne Kisten entdeckt. Der Vater war da oben, ja, da neben der Klamm oben da, hat er geholzt und ist auf eine Kiste gestoßen. Nur hat er das gesehen, ist natürlich sofort nach Hause, hat das Radl gepackt, ist hinein nach St. Anton zum Inspektor und hat das gemeldet. Und ich weiß halt noch als Bub, dass plötzlich vor unserem Haus zwei französische Offiziere gestanden seien und dass der Vater nachher mit denen und mit dem Inspektor, Schneck damals hat er geheißen, dann da Richtung in den Wald hinein ist. Mehr habe ich nicht mitgekriegt. Damals habe ich nicht gewusst, um was das geht. Der Vater hat nichts gesagt. Aber jedenfalls hat es in Schnann Leute gegeben. Das ist Tatsache, die absolut damit nichts zu tun haben wollten. Man hat mir erzählt, dass einer einen Becher mit Diamanten gefunden habe unter seinen Pillen, weil da haben die immer die Mäuse geschoben und dann hat man im Frühjahr, damit das Pillenholz dann nicht verfault, hat man die Mäuseerde herausgekratzt. Und bei der Arbeit ist er dann auf diesen Becher gestoßen. Der hat ihn genommen, hat genau gewusst, wo er damit hingehen muss und hat den Becher demjenigen gebracht und hat gesagt, siehst du, der gehört eh dir. Also da waren wahnsinnige Werte drin. Was war eigentlich der richtige Grund, dass es nachher so ist, dass es nach und nach auffällt, dass es nachher aufkommt? Ja, das ist nachher so. Nein, das hat man erzählt, aber ob es wahr ist, weiß ich nicht. Eine von den Ungarn, die hier dabei gewesen sind, die hat es mit den Franzosen gekriegt und dann hat sie es verraten. Also mit der Goldgeschichte irgendwie bin ich wieder umkomfortiert worden. Und zwar, ich war dann als Tollmetscherin bei den Franzosen tätig, weil ich meine Tollmetscherprüfung habe. Und eines schönes Tages, drei oder vier Wochen, so im Juli, ist ein Taxifahrer zu uns gekommen, ein Landecker Taxifahrer, und hat mich gebeten, ich soll mit ihm zum Gendarm gehen. Er muss Anzeige erstatten gegen einen Schnarnerbürger, der dazumal sogar Beamter war. Und er hätte angeblich was anzuzeigen. Da bin ich hinübergegangen und habe gedolmescht. Da hat es geheißen, ja, da ist ein Schnarnerbürger, und der hat mehr oder weniger viele Tausende überall in der Tasche und hat mit Etuis, hat ihm was weiß ich, Trinkgeld gegeben, und hat ihm ein Etui gezeigt, das war Zigaretetui aus Gold, mit einwandfreien Initialen in Brillanten. Und er glaubt, dass das irgendwie von unrechtmäßigen Sachen herkommt. Und der Gendarm hat sich dann näher befasst, hat mich gefragt. Und dann sind sie am nächsten Tag, haben sie das alles in die Hand genommen und sind dann da hinaufgegangen und haben die Leute mehr oder weniger verhaftet und haben sie dann nach Lande gebracht. Und da wurden sie dann ausgefragt. Juli 1946. Wieder wurde das Gold in Kisten gepackt und in die französische Kommandantur nach Lande gebracht. Und wieder hatten die herrenlosen Güter ihre Besitzer gewechselt. Dann wurden einige Familienangehörige verhaftet und verhört. Die haben natürlich gesagt, sie wissen von dem Gold nichts. Und dann ein Familienmitglied wurde dann ganz hart angefassen und ist dann in einen Nebenraum gekommen. Und wo musste ich dolmetschen, wo ich hineingekommen bin, ist auf Scheiteln gegneit. Und da haben sie ihn gerade geschlagen. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid. In solchen Umständen tue ich als Österreicherin nicht dolmetschen. Ich lasse meine Landleute nicht von mir schlagen. Ich bin draußen, da will ich nichts damit zu tun haben. Da hat er schon einen Abend gesagt, gut, dann gehen Sie hinaus. Und da hat jemand anderen geholt. Ungerechtsgut tut nicht gut. Ja. Die haben einen alten Speer draufzahlt. Im Dorf hat man natürlich dann gesagt, typisch wieder, man sieht, Unrecht gut gedeiht nicht. Das haben natürlich nur die Leute gesagt, die nicht an das Gold herangekommen sind. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn andere das gefunden hätten. Es könnte sein, dass es keine Schnannergoldgeschichte gäbe. Dass es das goldene Dorf gar nicht gäbe, weil man das einfach schlau und heimlich verklopft hätte und seine Gewinde rausgezogen hätte. Aber so sind wirklich Umstände eingetreten, die die Leute in ihrer moralischen Position bestärkt haben. Siehst, da kommt nichts Gutes raus. Glücklich sind sie nicht geworden. Darauf könnten wir sagen, wie sie draußen. Darauf liegt und das Holz kommen und nur reden können. Der hat schon gewusst, wo das Gold ist. Und dann hat man dann natürlich gemunkelt, dass man den im Krankenhaus nicht allein gelassen hat, dass immer jemand dabei gesessen ist mit dem Ohr und seinem Mund, ob er nicht doch noch was sagt, wo er was versteckt hat. Er ist aber nicht mehr zum Bewusstsein gekommen und dann hat man gemunkelt. Das war nur so eine Geschichte, die dann das Dorf schon damals noch sehr erregt hat und auch uns Kinder erreicht hat, dass man dann die Böden aufgerissen habe in diesem Haus und überall gesucht habe, ob nicht doch noch etwas zu finden sei. Dann wurde einer der Familienmitglieder eingesperrt und hat natürlich Angst von diesen Methoden, die da angewandt worden sind, weil einer seiner Angehörigen geschlagen worden ist und der hat dann im Gefängnis Angst gekriegt und hat dann vor lauter Angst angefangen zu verraten und Lagepläne zu machen in der schnarrenden Klamm und so weiter, wo halt die ganzen Sachen sind. Und da anschließend sind die Franzosen dann hingegangen und haben mit ihm auch das alles gefunden. Und der österreichische Name Riva auch dabei und zwei Träger und da haben sie dann einige Kisten gebracht und das wurde nach Landeck zur Militärregierung gebracht, wurde in einen Raum verschlossen und anschließend wurde das Ganze aufgeteilt, da ist Inventar gemacht worden und da waren immer Franzosen und Österreicher dabei und das ganze Gold ist dann in die Kisten hineingekommen, weil das Ganze Inventar gemacht worden ist. Und dann hat man es halt beim Metzger in Landeck, beim Metzgermeister vis-à-vis, hat man eine Wahl gehabt, da hat man das ganze Gold gewogen, so an grob und das hat man dann nach Innsbruck geführt und was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Das haben wir als Franzosen kassiert, alles. Was halt noch übrig war, ich meine, es hat überall was gefehlt. Es soll ja auf jeder Kiste gefehlt haben. Wohl weiß ich, man hat vermutet, dass es von Juden kommen, da waren Talmudsterne, da waren Ringe, da waren Kinderkettel und Zahngold. Auf der anderen Seite war wieder sehr schöner Schmuck, der mit Etiketten, mit Preisetiketten noch versehen war. Auf der anderen Seite waren wieder schöne Uhren und Sachen, die sicherlich getragen worden sind und halt auch von Leuten, die man nicht weiß stammen. Es war halt sehr wertvoll, alles zusammen, aber man hat nicht genau gewusst, wo das kommt. Es sind ja Ringe und Gebissegolde. Das ist für die Juden. Das muss nicht für die Juden. Das ist schon beschlagnahmendes Zeug gewesen für die Juden. Die haben jetzt nicht nur gerade Zend und Trinken genommen, die haben jetzt eine Sonderzwiegerung genommen. Ja, 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 ja. Es ist ja Stangengold dabei. In den Stangen, weißt du? Es ist auch gewesen. Ja, freilich. Eigentlich haben diese Zeitungsausschnitte meine Erinnerung bestätigt, aber auch zusätzlich noch viel Information geliefert. Und natürlich eine große Verwunderung in mir hervorgerufen, dass die Leute einfach diese Zeitung, diese Berichte ignoriert haben. Weil da steht genau drin, woher das Gold kam. Was es für Gold war, dass es kein ungarischer Kronschatz war. Ganz drastisch steht da drin, dass teilweise noch Reste getrockneten Blutes festzustellen waren. Und dass eben man diese Schmuckgegenstände Juden sogar noch entrissen, das steht sogar von abgeschnittenen Fingern drinnen. Ich habe 1946 geheiratet und war schon ein paar Jahre verheiratet. Und dann habe ich mit meinem Mann über diesen Goldschatz gesprochen. Und dann hat mir mein Mann erzählt, dass er ihn bei den Franzosen auf dem Tisch liegen hat sehen. Es ist auch abfotografiert worden. Und er sagt dann, es wären zehn nicht rein. Und das ist mir dann so komisch vorgekommen, wenn zehn nicht rein seien in einen Grundschatz. Die Leute haben auch damals Zeitung gelesen. Und wenn fünf Leute im Dorf Zeitung gelesen haben, dann haben sie das den anderen weitererzählt. Das Phänomen ist schon sehr interessant, aber eigentlich logisch, wenn man die allgemeine Verdrängung betrachtet, die in dieser ganzen Sache stattgefunden hat. Wieso soll er so ein kleines Dorf nicht seine Ruhe wieder suchen, sich in den Schatten betten und ausruhen von dieser Geschichte. Und das ist mir eigentlich auch klar. Aber dass man einmal hätte hören müssen, in den ganzen Jahren, in diesen Jahrzehnten, dass das kein ungarischer Kronschatz ist, dass das so wirkungslos vorbeigangen ist, das ist schon sehr erstaunlich. Jetzt war es an den Franzosen. Doch Nachfragen an französische Archive führten zu keinem Ergebnis. Ein Akt existiere zwar, sei aber mit einer hundertjährigen Sperrfrist belegt worden. Das Jahr 2046 wird dann vielleicht Aufschlüsse geben. Auch die Ungarn versuchten die Auslieferung des Kriegsverbrechers Doldi durchzusetzen. Doch Doldi war bereits in fremden Legionärskreisen, wie vermutet wird, untergetaucht. Da hat man sich offenbar arrangiert. 1947. Die Schnanner wurden nun von der österreichischen Justiz verurteilt. Einzelne der Schmuckstücke am Gericht in Innsbruck ediktmäßig versteigert, ohne Aufschluss über die wahre Herkunft. So verliert sich die Spur des Totengoldes. Und alles, was bleibt, sind die Erinnerungen. Die Gedanken an eine ferne Zeit, heute über 50 Jahre danach. Für uns Kinder eine spannende Zeit. Wir haben uns von nichts durcheinander bringen lassen. Die Konflikte der Eltern haben uns überhaupt nicht interessiert. Die Nachbarn Franzosenkinder, wir haben wunderschön zusammengespielt. Eines Nachmittags habe ich in einer Schublade gestöbert und plötzlich tauchen Fotos auf. Wir glaubten, es seien Fotos von einem Schatz. Doch wir schauten genau und sahen eine Kiste, die war aufgeklappt. Und sahen eine schreckliche Sache. Die halbe Kiste voll mit Zahngold, also Kronengold. Und unsere Eltern haben gesagt, man hat das Leuten herausgerissen. Das war für uns Kinder eine ganz fürchterliche, schreckliche Sache, die mich eigentlich bis zum heutigen Tage noch verfolgt. Oktober 1948. In der ungarischen Nationalbank wurde die Verwertung des aus Paris heimgeholten Goldes beschlossen. Und wieder Schmuck, Perlen, Brillanten und Zahngold. Unter Aufsicht von Sachverständigen wurden die einzelnen Schmelzgrade bestimmt und endgültig verschwimmen Spuren, Mengen, Identitäten des Totengoldes, das kurzfristig ein kleines Dorf am Adelberg zur goldenen Stadt erhoben hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sollten auch noch einmal ganz sicher sein, dass wir die Säge uns versuchen nicht zu bauen. Auch noch einmal ganz sicher sein, sondern nach der Rollen-Rollung ist nicht von der Rollen. Und dann abgeben sich die Senat für die Säge uns zu geben. Masse durch Kinder und die Leiterung der Zeit, Oder in der Ungarnung, eine Zischung der Konfalt für die Säge ausfüllen. Untertitelung des ZDF, 2020